Willkommen zurück zu einem neuen Video. Sehr schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich dir eine Alternative zeigen zu einem sehr, sehr bekanntem Designerduft und einem, wie ich finde, doch sehr beliebten und sehr, einem ganz, ganz tollen Designerduft. Ja, sagen wir es einfach so. Es geht um den Terre d'Hermes. Das ist das Original, das beliebte Original. Und eben dazu möchte ich dir eine Alternative vorstellen. Habe hierzu wieder mal nur ein Pröbchen, eine Abfüllung. Hab so den Eindruck, bei mir sind gerade so die Tage der Proben und Abfüllungen, die ich durchgehe und die ich dir zeige. Aber ich denke mal, das ist nicht weiter tragisch. Es kommt auf die Sache drauf an. Ich streue die Videos immer so ein bisschen hier und da, sodass das Ganze mit den Proben und Abfüllungen nicht zu sehr an einem Rutsch kommt. Aber am Endeffekt ist es ja auch Wurst. Ja, sind wir mal ganz ehrlich. So, und zwar, ich möchte dir vorstellen als Alternative, nicht als Duftzwilling, nicht als Duftkopie. Hatte ich erst überlegt, ob es bis dahin reicht oder ob es dazu reicht. Aber dann dachte ich mir, die kleinen, aber feinen Unterschiede sind dann doch schon zu merklich da, als dass ich sage, es ist eine wirkliche Duftkopie, sondern ich möchte das Ganze hier tatsächlich als Alternative einmal darstellen. Es geht um den Fatan Pour Homme aus dem Hause Rassasi. Blende ich dir natürlich ein. Das Ganze bekommst du, also offiziell wurde die Produktion eingestellt. Zumindest das, was man auf Notino, auf Notino, auf Parfumo sehen kann. Aber man bekommt ihn noch eben beispielsweise bei Notino. Ich habe vorhin geschaut, die 50 ml für 15 Euro. Das ist natürlich auf jeden Fall eine Kampfansage. Das ist merklich günstiger als hier der Terre d'Hermes. Aber lass uns einmal zum Punkt kommen, was hast du zu erwarten? Ich denke mal, wenn du hier einschaltest, dann kennst du Terre d'Hermes. Ein ganz, ganz toller Duft in erster Linie natürlich im, ich sag mal, frischen Duftthema einzuordnen. Ein Parfum, welches immer und überall geht, mit dem nötigen Charisma, mit der nötigen Charakterstärke. Einfach ein frischer Duft, der auf der einen Seite einfach ist, aber auch seiner Einfachheit heraus eine unfassbare Komplexität generiert. Eine leichte Erdigkeit, eine Orange, eine Grapefruit hat immer so ein bisschen für mich etwas von heißem, nassen Asphalt. Ohne das schlecht meinen zu wollen, eine leichte Erdigkeit. Einfach ein frischer Duft, der trotzdem Charakter hat und Charisma hat und ganz, ganz toll ist. Wunder, wunderbar. Jean-Claude Elena hat hier wirklich ein Meisterwerk kreiert. Und dazu möchte ich dir eben die Alternative einmal vorstellen. Ein Fatan Purom aus dem Hause Rassazi. Und ja, er riecht sehr, sehr ähnlich zum Terre d'Hermes. Und um das Ganze einfach grob auf den Punkt zu bringen, Terre d'Hermes in etwas leichter, etwas zitrischer. Und da, wo man Ecken und Kanten beim Terre d'Hermes gemerkt haben könnte, wurde hier einfach ganz entspannt darüber weggebügelt. Ob man das gut findet oder nicht, das ist einmal dahingestellt. Aber so der Terre d'Hermes ist für mich irgendwo so dieser durchsetzungsstarke Typ, so mit seinem tollen, maßgeschneiderten Anzug, der ins Büro kommt. Da kann auch mal eine Falte in der Hose sein, das stört ihn nicht. Da kann auch mal die Frisur, die natürlich akkurat nach hinten gekämmt ist, aber vielleicht durch einen Windstoß ein bisschen durcheinander gekommen sein. Das stört ihn nicht, er geht einfach weiter. Das passt alles. Während hier der Fatan, da ist keine Falte irgendwo. Das ist alles ganz, ganz hart glatt gebügelt. Die Frisur, die ist nicht nach hinten gekämmt, die ist ganz aalglatt nach hinten gegählt. Und so tritt er auch auf. Es ist kein Gesichtszug, der von irgendeiner Schwierigkeit gekennzeichnet sein könnte. Ja, vielleicht mal irgendwie es schwer gehabt haben sollte im Leben, sodass die Gesichtszüge so ein bisschen verhärtet sind. Oder ein gewisses, wie sagt man, einfach markant ist. Sondern es ist alles aalglatt, Punkt aus. Das ist der Fatan. Ob man das gut findet oder nicht, das ist dann am Endeffekt Geschmackssache. Er wirkt auf mich eine gute Ecke zitrischer, ein bisschen frischer und lässt so ein bisschen so diese Erdigkeit. Und wie ich schon sagte, so dieses etwas dezent, ganz leicht raue, was wir vom TRDMS kennen, das lässt er auch vermissen. Aber sonst sind wir hier sehr, sehr identisch. Auch was die Haltbarkeit und Projektion angeht, ist das hier wirklich nicht so schlecht. Ich glaube, es ist dann am Endeffekt hautabhängig, welcher Duft wo bei dir besser hält. Und ich würde sie also Haltbarkeit und Projektion, würde ich sie beide schon sehr, sehr ähnlich einschätzen und sonst nicht viel mehr. Ist das eventuell, das ist die Frage, wie sehr man sich mit diesem Fatan beschäftigt, ob man ihn sehr hart immer auf der Haut riecht, sehr nah rangeht und ihn sehr stark zerlegt, dann wirkt er hier und da ein bisschen eine leichte Ecke synthetischer. Aber sind wir mal ehrlich, wenn man den Duft aufträgt und dann im Duftschweif irgendwie hinterherläuft oder seinen eigenen Duftschweif riecht oder andere Leute eben die Seage riecht, die dieser Duft ausbringt, dann fällt das überhaupt nicht auf und da kann ich ihm dieses, ich sag mal, Prädikat synthetisch nicht wirklich anheften. Alles in allem eine ganz, ganz tolle Alternative, leichter, aalglatt und mit weniger Charakter, weniger diesem Spiel der Noten. Er ist einfach einfacher, einfacher und glatter als Ter-DMS. Darauf möchte ich hinaus. Das ist der Fatan Purom aus dem Hause Rasasi, die Alternative. Und ja, damit bin ich durch für dieses Video. Ich danke Dir wie immer sehr fürs Zuschauen, wünsche Dir noch einen sehr, sehr schönen Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.